hallo liebe freunde des sechs zylinder motors ich wollte gerne noch ein paar hinweise geben zum öl die ganze geschichte ist jetzt soweit bedienen dass der motor jetzt schon ganz komplett aussieht soweit so gut ich denke mal da sind keine großen fragen bisher hin anzugs drehmomente am zylinder kopf beachtet ventile sind eingeschliffen das kriegt man glaube ich ganz gut hin da gibt es auch anleitung im internet hier noch ein hinweis zur öl geschichte am p3 und zwar läuft ja hier oben lang diese leitung die er einmal durch geht das öl kommt hier hinten in dem hintersten in der hintersten aufnahme nach oben geht ja auch durch den spritzöler den wir jetzt nur ganz grob einstellen können dass es dieses kleine teilchen hier dass da das öl dann hier ein strahl nach vorne das können man natürlich erst beim motorlauf dann nachher in der motor warm ist genau einstellen dass dieser öl strahl richtig katz und gerade auch nach vorne verläuft und dann auch hier den vordersten kipphebel benetzt was ich euch aber sagen wollte was wichtig ist diese diese ganze lange welle die ist ja hohl gebohrt und hat ölbohrungen drin und diese ölbohrungen sind vorgesehen für jeden kipphebel ist eine ölbohrung vorgesehen und der kipphebel hat eine öl nut die genau mittig sitzt und da ist es jetzt wichtig diese welle genau einzustellen und in meinem fall ich habe das vorher mal ausgemessen sind das hier genau man braucht das eigentlich nur hier am anfang bei der ersten messen der rest ergibt sich automatisch sind das genau 19 mm das habe ich vorher mit messschieber ausgemessen abstand hier von dieser unterlegscheibe die da ist bis zur lochmitte hier drinnen hier ist ja so eine so eine ringnut sieht man wenn man das auseinander nimmt kann man die ringnut genau sehen wenn das ein millimeter versetzt ist oder zwei millimeter passiert das nämlich dass das ding trocken läuft das kann auch sehr schnell passieren ganz trocken wird es nicht laufen aber es wird nicht mehr richtig geölt und das betrifft dann auch alle anderen das kann man ganz gut sehen wenn man das mal auseinander nimmt und da auch gleich der hinweis man sieht hier in der mitte ist ja diese welle getrennt also wenn man die richtig einstellt die ist nicht zwangsläufig wirklich zusammen da drin gehört ein röhrchen zur überbrückung und hier ist jetzt auch schon zwei millimeter luft bestimmt wenn ich die jetzt zusammen machen würde dann würden die ganzen ölkanäle nicht mehr passen also das kann man durchaus so laufen lassen dieses öl röhrchen zur überbrückung reicht an dieser stelle vollkommen aus so was mache ich jetzt wenn ich diese diese welle jetzt verschoben habe dann ziehe ich erst hier oben diese geteilten aufnahmen fest an dass die welle sich nicht mehr verschiebt ich zeige es mal von der anderen seite das sieht man wahrscheinlich eher diese teilung die sind hier einfach noch mal ich zeige es mal mit dem messschieber hier kann man vielleicht ein bisschen besser sehen die sind hier unten hier ist noch mal eine teilung und wenn ich jetzt festziehe dann kann sich dieses rohr hier von vorne nach hinten nicht mehr verschieben also ist es genauso fixiert wie ich das brauche das ist eigentlich wichtig dass ich die optimale schmierung für den motor habe sonst kann es mir durchaus passieren dass diese kipphebel ganz gern mal einlaufen wenn man dieses röhrchen diese röhrchen mal raus baut guckt sich das an das ist ganz oft dass sie eingelaufen sind und dann hast du da den ölverlust oder ganz und gar dass die kipphebel buchse klemmt und dann natürlich das ventil nicht mehr richtig betätigt wird so was gibt es noch zu sagen im prinzip jetzt wird das ganze festgeschraubt die brücken und danach ventile einstellen beim ventile einstellen denke ich mal das ist selbsterklärend ich mache den ventilabstand gerade am anfang immer etwas weiter lieber zu weit als zu eng dass die ventil sitze nicht gleich verbrennen spätestens wenn ich nach 1000 kilometern den zylinderkopf dann noch mal nachgezogen habe und die ventile dann einstelle dann mache ich den originalabstand für 0,1 und ich mache das dann auch möglichst bei warmen motor also es gibt ja zwei einstellwerte aber ich finde der einstellwert bei warmen betriebswarmen motor ist eigentlich der bessere wert und damit man das schnell einstellen kann gibt es auch noch so eine goldene regel ihr wisst ja wenn zwei ventile sich überschneiden dann ist ein kolben richtig zu also es muss immer sieben ergeben sprich wenn zylinder eins sich gerade überschneidet dann könnt ihr zylinder sechs einstellen ja und andersrum genauso wenn der hier gerade überschneidet der sechste könnt ihr eins einstellen überschneidet zwei könnt ihr fünf einstellen und so weiter und so fort und so kann man ganz schnell innerhalb von zehn minuten hat man die ventile mal eingestellt ist überhaupt kein ding einfach immer stück weiter drehen und gucken welcher gerade überschneidet und dann kann man genau so dass es sieben ergibt die ventile einstellen das geht ratzfatz so ich hoffe es hat dem ein oder anderen ein bisschen geholfen ja vielleicht wenn ich noch was wichtiges habe was interessant sein könnte melde ich mich noch mal ich mache jetzt noch die kupplung hier und dann bin ich auch fast soweit fertig krummer ist dran alles anlasser ist gewechselt dann haben wir eine einbau fertige maschine dann können wir den nächsten motor anfangen mal sehen bis dann tschüss